Leute, es geht weiter mit Let's Play Transformers Fall of Cybertron Multiplayer. Wir spielen mal wieder in der Runde Team Deathmatch. Ja, fand ich lustig, die vorige Runde habe ich sogar mal gewonnen. War voll toll, ich joine, sterbe einmal, mache einen Kill, sterbe, mache einen Kill und sterbe nochmal. Super. Und jetzt habe ich mal eine Runde, weil gerade haben wir halt gewonnen und das wäre halt echt mal hammer toll, wenn ich mal wirklich eine Runde aufnehmen könnte und ich gewinne. Ich meine, bis jetzt hatten wir diese gammeligen Team Deathmatche, wo wir immer verloren haben. Dann hatten wir letztes Mal das Capture der Flag mit diesem merkwürdigen Vlad, der irgendwie uns alle fertig gemacht hat. Und jetzt sieht es schon mal aus, dass im Gegnerteam irgendwie zwei Leute mehr sind, aber kein Problem, ich bin ja Level 3. Nein, natürlich nicht, ich spiele hier aber jetzt mal wieder mit der anderen Klasse. Denn, ja, wäre aber nicht schlecht, hier mal wieder besser abwechselnd zu bieten, weil immer hier als Staff oder als Flieger zu spielen, ist ein bisschen langweilig. Und deswegen spielen wir mal als, ich würde sagen, als Zerstörer oder als Titan, dann würde ich eher sagen als Titan. Ja, schauen wir mal. Und sogar haben nicht alle die Lobby verlassen. Aber irgendwie ist mir schon voll oft passiert, ich wollte es so gerade aufnehmen, habe meine Anke nicht gemacht, dann gehe ich in die Lobby rein, bumm, keiner ist mehr im Spiel. Und, ja, ich glaube, das liegt nicht daran, dass alle rausgegangen sind, weil sie mich nicht mögen. Vielleicht auch, aber ich hoffe es mal nicht. Ich schätze mal, es lag eher daran, irgendwie an dieser merkwürdigen Spielsuche hier am PC. Okay, wir spielen mal wieder jetzt so. Und ich muss gerade schauen, ja, der hat einen Panzerszweiter. Also, diese Karte habe ich bis jetzt voll aufgespielt. Und mit voll auf meine ich gerade eben, als ich hier... Oh, da kommt jemand. Wo ist er, 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 wo ist er. Na, was macht er da mit mir? Oh, kill. Cool. Kann dieser hässliche Dist da weggehen? Oh, Double Kill. Oh. Und ein Assist, naja. Geht ja, Mann. Juhu, it's weiter. Und dieser CVS, der irgendwie drin ist, der ist voll cool. Schau mal über den Button. Wir fahren, er läuft, wer ist schneller? Ja, er. Finde ich cool, das gefällt mir. Oh nein, der hat schon wieder seine blöde Dist da reingehauen. Was ist denn das für ein Ding? Habe ich auch noch nicht erlebt. Irgendwann habe ich noch gar nichts erlebt. Ganz ehrlich, ich kenne das Spiel nicht. Spiel macht mir Angst. Ich benutze jetzt diesen Energon Harvester. Mir hat jemand geraten, dass der irgendwie voll toll sein soll, wenn man wenig Leben hat. Und deswegen werde ich ihn einfach benutzen, wenn ich jetzt voll wenig Leben habe. Und dich machen wir erstmal alle. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Und, äh, Energon Harvest. Oh, danke schön, du reparierst mich. Das finde ich ja echt lieb von dir. Du bist mir sympathisch. Äh, mit dem Energon... Ah, mit dem können wir ja nicht mal nachladen, weil der eh so wenig Munition hat. Also relativ wenig, natürlich. Okay, Konzentration. Die sind da oben. Wollte ich sagen. Ah! Voll zu sechtern. Oh, langer, langer, langer Mick Jagger. Was mit, warum Mick Jagger? Hahaha. Irgendwie war der cool. Ich, ich wusste irgendwie nicht genau, was ich drücken sollte, weil ich wollte die ganze Zeit diesen Wirbel machen. Und, äh, hab irgendwie vergessen, mit was ich den Wirbel mache. Dann verwandle ich mich. Und, äh, schaffe es irgendwie, ihn zu töten. Keine Ahnung wie, keine Ahnung warum und keine Ahnung wo. Ich bin so wie Grandpa Simpson. Was? Wo? Ein Hund! Äh, nee, es war eine Katze. Äh, wo ist... Klick, klick, wo seid ihr schon wieder alle hier? Äh! Waddi! Was ist denn das? Was sind denn das für Assis hier? Campen sich da hinten in die Ecke rein. Nein, du tötest mich nicht. Ich weiß doch, dass du da in der Ecke dir einen abgabbelst. Rap, rap. Receive me, rap me. So, äh, ha? Äh, what the fuck? Warum? Warum? Wir hatten es schon wieder geschafft. Jetzt haben die alle so coole Waffen. Also, aber wir liegen vorne. Und das wirklich teilweise dank mir. What the fuck? Also, ich werde mich hier nicht loben. Weil wenn ich mich lobe, werde ich jetzt sofort eh absticken. Und ich werde jetzt auch gleich wieder absticken. Aber ich bin bis jetzt echt stolz hier ein bisschen auf meine Leistung. Also, ich habe hier schon, ich habe schon ein Eiding gespielt. Um einige schlechter. Genau, 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 genau. Um einige schlechter gespielt. Und natürlich, äh, sterbe ich jetzt sofort. Oh, natürlich! Ey, klasst uns irgendwie 16, 12. Jetzt steht es natürlich 16, 15. Leute, ich spiele scheiße. Und, äh, ich werde es auch immer tun. Wenn ich was anderes sage, werde ich... Sterbe ich. Also. Ui, und jetzt steht 17, 15. Schaut! Ich sagte euch, ich muss nur sagen, dass ich scheiße bin. Das hilft. Kann ich von hier die treffen? Nein, mein kleiner Optimus-Klon. Du springst nicht darunter. Das ist keine gute Idee. Okay, dann fahren wir mal wieder das Panzer hier rum. Der springt erstmal schön in die Pampa. Was, 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 was? Wo kommt der? Oh, ey, was, was? Oh, Leute, der kotzt mich an. Ich will jetzt auch eine andere Klasse spielen. Ich bin jetzt beleidigt. Ich will ja, was haben die alle so gut? Ich will auch diesen Elektroshock-Taser da haben. Der sieht voll cool aus. Was habe ich hier? Thermorakete und Sturmkanone. Hört sich irgendwie beides kacke an. Und ich habe dieses Schild. Äh, okay. Hört sich ja eigentlich in der Theorie ganz gut an. Also die Sturmkanone ist natürlich hammerstark, aber man muss halt auch erstmal, äh, treffen und dafür braucht man ein Hammer-Aiming. Und naja, Hammer-Aiming, ich, das passte immer nicht so. War da hinter mir einer? Nein, da. What? W-w-w-was? Jetzt kommen die doch da. Oh, du bist so unfähig. Oh, von dir Pisser lassen mich nicht töten, ey. Also lange überlegt er mich auf mit seinen blöden Diskussen da. Warum fliegt er schon wieder? Warum fliegen die alle? Ich kriege die Krätze. Ich bin jetzt wieder das Infiltrator. Ja, scheiße auf Abwechslung. Infiltrator ist cool. Na, jetzt bin ich nochmal... Äh, wie schnell bitte muss ich meine Klasse wechseln? Okay. Also der mit seinen blöden Diskussen nervt mich gerade wirklich dermaßen. Die haben eine Reichweite von, ich weiß nicht, 100 Meilen. Äh, und, äh, ziehen mir irgendwie mal die Hälfte des Lebens ab. Oh mein Gott, das Schild. Und ich sehe keinen Gegner. Hallo, wir gewinnen diese scheiß Runde. Nein. Das kannst du nicht geben. Ich will nur nur ein einziges Mal eine Runde aufnehmen. Ich gewinne. Es ist so dermaßen viel verlangt. Nein, 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 nein. Was ist es? Was ist es, du assi? Ohhhh. Oh, hat das gerade ein Gegner geschrieben, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich keine Ahnung habe, wo die Gegner sind, wo sie spawnen, und was sie denken. Doch, was sie denken, weiß ich. Sie denken Böses. Und sie sind böse. Ohhhh. Ich muss mich über meine Kills freuen, ich mache so wenige. Okay, ich habe das Gefühl. Da war doch gerade einer. Warum lebt der noch? Nein. Nein. Ich wollte die Pampa spüren. Was hat der? Was schleimt der mich voll? Ich schleim ihn doch auch nicht voll. Boah. Ich will nie vollgeschleimt sein. Oh, da ist einer. Da ist einer. Meiner. Meiner? Meiner ist weg. Meiner. Ist da einer oder ist einer? Ja. Ich schaue mich dumm. Ist da einer? Boom. Ein Schuss weg. Äh. Warum sterben da alle? Ah. Weil da ein... Ja. 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 Das ganze Gegner-Team-Nabeltar. Komm. Drei Kills. Drei Kills. Drei Kills. Drei Kills. Also komm. Wenn wir das jetzt verlieren, dann, nein, nein, nein. Dann kriegt jeder von meinen Amonenten Transformers, äh, For the Cybertron geschenkt. Scheiße, das hätte ich nicht sagen sollen. Nein. Bro, du hast ja auch nur drei Kills. Nein. Stierf nicht. Stierf nicht. Holt Kills. Komm. Komm. Oh. Ey. Ich hätte jetzt noch wetten können. Oh. Leute, wir haben mal gewonnen. Hui. So viel Geld hätte ich gar nicht. Hahaha. Oh. Es ist jetzt ein Abonnent, der ich zu schenken, bis wir jetzt pleite gewesen sind. Ah. Da wir nochmal Glück haben. Sonst wäre ich jetzt pleite. Dann könnte ich keine Videos mehr machen und dann wären wir alle traurig. Und deswegen freuen wir uns lieber mal, dass wir die Runde mal gewonnen haben. Aha. Aha. Ihr seht gerade, ich mache meinen Siegestanz. Aha. Aha. Und wir waren sogar insgesamt dritte. Also ich meine, dafür, dass ich irgendwie immer noch Anfänger bin, finde ich das eigentlich ganz okay. Wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play John Fommers, Untergang von CyberJone, der Multiplayer. Bis dann, euer Demzimmerfix. Haut rein. Ciao. Ciao.